Nächste Haltestelle Eintracht Sportplatz Nächste Haltestelle Eintracht Sportplatz Nächste Haltestelle Asenburg Nächste Haltestelle Eintracht Nächste Haltestelle Eintracht Nächste Haltestelle Eintracht Sportplatz Nächste Haltestelle Eintracht Sportplatz Ja, ja, da war es noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächste Haltestelle, Lücherstraße. 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 Nächste Haltestelle, Monstermannskamp. Wir fahren noch über den Rücken. Ach, er fährt eine Sprungskarte. Ja. Neuer, aber schlechter. Nächste Haltestelle. 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 Es muss immer so blühen. Es hätte mit der Flasche schon warm, aber man kann auch gegen ihn. Mit dem anderen, theoretisch, aber es ist die Flasche. So, der entspannert sich da so. Ich weiß nur, wer der ist. Ja. 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 Woher stehen wir denn? Ja, ich glaube ja. Also, ich kann es auch morgens wahrscheinlich gar nicht machen, weil es auch viel ist, seine Zeit hinzufahren. Aber dann da, ja, das macht Spaß, ja. So ein Spitzchen hier. Ist ja auch noch Sorgen. Das steht eigentlich nicht. Stimmt. Nächste Haltestelle ist Bölzener Straße. Kurzentrum. Ja. 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 Und hier. Ja. Da hat es ein Hierbank. Ja. Ja. Das sind die wa享 Danish. Nächste Halterstelle, eine erste Nacht. Ich höre echt, wenn man hier mit dem Öl sich schlau ist, noch mal runter. Nächste Haltestelle, Wallstraße, Theater. Als, ja, kleinsam, das stellt mir nicht eben so raus, passend mit einem Hartmann an. Das sieht gut an, das scheint mit der Hartmannstraße. Aber sehr sicherlich auch Kirche-Promerade. Das ist halt sehr gut mit Sponschen. Ja, was dabei ist. Also, Kirche ist hier. Ja, fast hier mit der Heiligung. Und mit der Diagnose. Ja. Und wenn du das, was du jetzt studierst, kannst du das machen. Das ist halt so, wenn du Tests auswählst. Also, die Durchkeits-Tests. Ah, ja, das ist ja gut. Aber, da habe ich das. Vielleicht. Das weiß nicht, was ich will, ich noch mal in meinen. Das heißt, es ist da. Aber, muss jetzt auch gleich mal. Dann komme ich hier zur Zeit. Ja, aber jetzt richtig. Wenn ich mir will, schon mal ein bisschen. Ja. Ja. Aber ich, das ist ja das, was ich möchte. Dann komme ich, dass die Steine. Ja, weil die Verzeichen gerade. Ja. Ja, die ganze Straßen überwege. Und wir spüren gerade die Brakommel. Ja, ausschleigen. Ich weiß, da war das ja so, das über den Durchfall schon besser. Ja. Ja, nicht gerade auf der Seite. Ja, die Straße, ja. 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 Nächste Haltestelle am Sandberg. 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 Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle am Sandberg. 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 Nächste Haltestelle am Sandberg.